Geh doch mal den Gutes da an. Genau den spielen die auf Ander. Tuna, Alter. Mensch! Nein, nein, nein! Ja! Nur noch zehn davon, so einfach ist das! Der ist ganz gefährlich. Preiswert irgendwie zu kriegen. Das passt doch nicht. Ja, das dachte ich eigentlich auch. Komplett. Schön gesehen. Alter! Unterreicht der Bein! Ja! 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 Das hat Elian nicht mehr ertragen hier. Das ist der Schultz, korrekt. Er hat mir erzählt, was von 4.000 Euro für ein Relais oder irgendwas, was ich gesagt habe. Wenn wir jetzt hier noch andersrum den Hut ablegen und verteilen und spielen und mitnehmen und keiner da ist. Ja! Kühler alleine! Mensch ist Kühler doch mal! Das ist doch nicht möglich. Kühler, nehmt doch das Ding mit, Mann. Dann wäre der Nebenstand noch einer von uns. Weiter jetzt! Komm! Komm, Mehmet! Bleib doch ruhig! Ja, weiter so! Komm! Einen kriegen wir doch! Einen kriegen wir doch! Einen kriegen wir doch! Einen! Hörst, Gei! Dann bleib wieder alle stehen und dann sind die Übersachen! Schau dir nicht den Richter, bist du wach oder was? Hörst du auf, Männer! Ich wusste es. Er macht nur eine Hackensorte. Ja, alle frei, alles frei. Raus. Schieß einfach raus. Der ist doch aber drinnen. Also die Fahne kannst du auch wegschmeißen, das ist unfassbar. Aber abseits zurück! Die Fahne kannst du wegschmeißen! Aber abseits zurück! Ja! Wollte ich nur mal so? Das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt, aber... Gelb? Gelb! Abseits! Ist denn mit dem nicht richtig, Sagma? Ja, wenn schon scheiße dann richtig, ne? Ja, stark geklärt! Das ist aber nicht Micha, das ist Marcin vielleicht! Aber nicht Micha! Sehr schön! Gar nichts geht, gar nichts! Brauu! Hey Bro, geht doch noch mal! Oh! Das ist ja die erste Ecke, oder was? Das ist ja trotzdem keine Verteidigung. Das war das Schlussspiel. Das ist ja die erste Ecke, oder was? 4 zu 1. Das ist ja die erste Ecke. 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 Das ist ja die erste Ecke.